Wie geht es dir? Hallo zusammen, ich bin Dani von Talentai Zürich. Die zweite Übung vom Sturmkommand zum Persenspring. Lupit! Zuerst machen wir sie am Ort. Achtung ist schnell. Die zweite Variante ist hoch. Das gleiche machen wir übrigens hoch. Wir haben einen kleinen Sprachfilen und zerstört. Alle zerstört und zerstört. Die dritte Übung werden ihn mit Knie rein.